Herzlich Willkommen an Bord! Herzlich Willkommen im Monster! Ich wünsche euch wieder viel Spaß an der Fahrt! Ihr bringt Schwung in die Kiste! Geh los! Geh los! Jetzt kommt Schwung in die Kugel! Jetzt kommt Schwung in die Kiste! Das Monster ist da! Geh los! Ah, ist das wieder super hier! Auch von hier immer wieder! Der Satz, der Schwung in die Leichtwelle! Der Satz, der Schwung in die Kiste! Ja! Der Satz, der Schwung in die Kiste! 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 Der Satz, der Schwung in die Zert! Kannst du vielleicht Vaccine in die Kiste! Rundfunk und die Irrefahrt heute, hey, 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 hohe, 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 hohe. Die Irre-Wart sind heute, volle, volle, volle Tempo, uh, pach, pach. Das ist so schön, dass wir hier dreh'n die Kiste noch mal video für euch. Eine Runde macht man noch, eine Runde fahrt man noch, volle Pulle in den Spruch, wie alle, alle. Und dann haben sie es ja geschafft, die Hände aus Wicke Maus, Schüchübschern. Hier landet Maschine, wieder in den Tor. So, da sind wir wieder. Die Bügel bitte loslassen, Bügel loslassen bitte. Dankeschön, auf Wiedersehen, macht's gut und...